ja hallo herzlich willkommen zum smw hack day heute haben wir noch andere karten jetzt habe ich es endlich mal geschafft irgendwie ja den snes emulator aufzunehmen gut jetzt haben wir hier ein paar die sind alle nur ein level lang und ich sagen fang mal von unten an hier und machen load so das ist das zweite video denke ich mal das erste war eher so summer level troll das war trollig ok gucken wir uns das mal an was das ist super mario pros the castle also ich spiel gerade nicht das ist der der screen ich werde mir noch mal das level angucken wo man kann denn auch mit panzern weg machen also töten das wusste ich jetzt auch nicht what the fuck ist das aha gut fangen wir mal an koop machen wir einen player ja ich muss sagen tisa busblocks aha also ich lese nicht vor es kann ja selber lesen ok outside of castle kann man sich bewegen speichern kann man gut dann fangen wir an mit dem ersten level ein geister level wie es scheint ah ich verstehe hier kann man nicht rein das ist einfach klassik also nicht klasse dann gut hoffen wir mal dass man oh mein gott was das für ein geist das ist voll gruselig guck mich an hoch gehen es reageert nicht ganz alter wat the fuck Nein, geht nicht. Ich dachte, es geht, dass man dann irgendwie töten kann. Oh, eine Feuerblume. Das war jetzt Glück. Die Frage war ja auch, also alle, die sich fragen, was jetzt mit Zelda A Link to the Path ist, das könnt ihr euch im Infovideo angucken und so weiter. Kommt jetzt hier nicht rein, habe ich nochmal kurz erwähnt. Für alle, die das so wissen wollten. Deswegen mache ich jetzt hier mal verschiedene Super Mario. Nein. Also, er kann nicht so hoch hüpfen, glaube ich. So, hier runter. Dö, 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 dö. Dö, 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 dö. Kurz speichern. Da geht es nicht rein. Gut. Ist jetzt eine kritische Stelle hier. Wow. Gut. Ich hasse, also das sieht hier richtig gut aus, schau mal. Ich habe auch mal vor langer Zeit, ja weiß nicht, vor drei Wochen, aber so mal ein Infovideo gemacht. Da könnt ihr eure eigenen Hacks schicken. Das ist zum Beispiel jetzt ein Hack. Der ist jetzt nur ein Level lang. Frage ist jetzt nur... Okay. Das wäre jetzt fies gewesen, wenn jetzt ein Geist versteckt wäre. Und da ist das Geisterschloss. Wir gehen jetzt rein. Oder? Also, jetzt. Okay. Es dauert da mal ein bisschen. Nochmal eine Feuerblume. Gut, da haben wir die jetzt oben drin. Okay, da kann man hoch, aber ich weiß nicht wie. Jetzt sind wir hier. Ach, genau. Das war jetzt das, was wir im Screen gesehen haben. So. Mhm. T-S-R-Rocketboosters. Mhm. Der will automatisch shoot you up into the air. Also, schieß dich hoch in die Luft. Heute, Jump-Button to boost Evan Heyer. Yeah, Jump-Style. Das sieht so aus, ob der so... Jump... Ja, jetzt. Okay. Als ob der... Ich muss mal hier abspeichern. Das war ein bisschen hart. Da war ich nicht drauf vorbereitet, obwohl ich es schon gewusst habe. Ey, das ging doch. Wow, wow. Jungs, nicht so... Nicht so wild, äh, hier nicht so hart. Die, die haben mich da eingekesselt, die Brüder. So, was ist hier? Two players only. This is the entrance to the two-player-coop-mode. Okay. Also, kann ich hier nicht rein. Gut, was kann man hier? These are boost blocks. They will boost you at max speed in the direction. It's spinning. Just don't run into a wall. It may hurt. Okay. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie dieser Block funktioniert. Äh... Ich renne manchmal mit Anlauf. Okay, ja. Ähm... Ich verstehe das gerade nicht. Wie? Zum Geier soll ich da rüberkommen? Warte mal. Hä? Das verstehe ich gerade nicht. Game over. Ja, ich weiß. Das ist doch ein Troll. Nein. Wie soll ich denn da rüberkommen? Okay. Das ist so. Wie hat denn der das gemacht? Oder muss ich... Warte mal. Hä? Wie muss ich denn das machen? Warte. 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 Hä? Ah, ich darf nichts drücken. Das ist... Okay. Oh, Putti, du bist so doof. Weißt du das? Ja, ich weiß. Ich habe die ganze Zeit versucht, irgendwie was zu machen. Ich sage, man muss ihn einfach gleiten lassen. Also hat sich jetzt ein bisschen doof angehört. Ich meine, einfach flutschen... Ach komm, keine Ahnung. Egal. So, bis hierhin hat der gespült, der Typ. So, hier sind... ...Stacheln. So, jetzt warten wir. Oh, was? Ach, da hätte ich mich dranhängen können. Ah, egal. Gut. Geht's nicht rein. Und merke dir... Hm, was ist denn hier jetzt für eine Party? Boost Blocks... ...Can also help. You to wall jump. Just step on... Aha. Okay, probieren wir mal. Also ich habe gelernt, nichts zu machen. Gut. Dann probieren wir jetzt mal. Unseren Freitod. Was macht das? Goddamned. Oh, ist so. Die Frage ist, kann man sich da... Ne, warte mal, warte mal, warte mal. Da ist doch... Oh, so. Ne. Okay. Es ist jetzt wieder so ein... Es ist wieder so... Ach, kann ich vielleicht mit dem Drill sprung, warte? Ne, nochmal, 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 nochmal. Ah. Gut, jetzt... Ja. Man kann sich an den Leitern festhalten. Oh, das war knapp. Das wusste ich halt natürlich nicht. Ist halt ein neues Feature von dem Game. Da kann ich halt nicht... Wow, wo fahre ich denn jetzt hin? Was zur Hölle? Ja.